Ich habe meine Handschuhe hin. Letzte Etappe vor Busch. Glusi sitzt falsch rum drauf. Ja schön, wirklich sein locker. Lass uns damit runterziehen. Pass auf, ey, warte mal. Das sah aus, als wenn es weh getan. Das ging voll aus Steißballen. Wie? Du warst schon zu beabsichtigt. Komm mal, dann fahr ich ein bisschen schneller. Lass ihn los. Wie hat sich das ein Video gemacht wurde? Was? Nix. Was ist da los? Was ist da los? Langsam, langsam. Luki hinfallen lassen oder nicht? Ja, fahr jetzt mal langsam an. Nicht so schnell. Und jetzt sind wir... Jetzt sind wir... Ja, total wichs. Das ist so ein Fakt hier. Wenn das nur ein Stück geht, dann kappt es auch. Ey, zeig auf, Luki. Das ist schweinegefährlich. Der Faktor.